Hallo und herzlich willkommen bei Nackt-Mull-TV mit eurem Manni. Heute kriegt ihr mal kein Let's Play von mir, sondern ich habe gedacht, ich probiere mal ein anderes Format aus. Ihr seht, ich habe den Air-Server an, weil ich euch eine App vorstellen möchte. Ich habe sie heute beim Durchstäbe des Internets gefunden, bzw. bin mal wieder drauf gestoßen. Und ja, will euch da einfach mal ganz kurz, meine Meinung, und meine Meinung interessiert euch sowieso nicht. Ansonsten, wenn es euch interessiert, Comments etc. pp. Die Map ist, hier Maps von, ähm, eigentlich sollte das Bild jetzt, wartet mal, hell werden. Ah, da, zack. Es ist die, hier Map von Nokia. Das sind diese Nokia-Map-Dienst. Ähm, den habe ich damals beim, ähm, Nokia, ups, ähm, beim Nokia sehr gerne genutzt, weil er auch eine nette Funktion hatte, die ich ehrlich gesagt beim iOS und beim Android, bei den standard installierten Karten auch sehr vermisse. Und zwar ist es die Möglichkeit, ähm, Karten herunterzuladen, wie ihr im Menü seht. Und zwar könnt ihr hier, wie ihr seht, ich habe die Nordrhein-Westfalen-Karte schon runtergeladen, ähm, sind 293 MB. Würde aber gerne auch, wie ihr seht, ihr könnt hier weltweit die Karten herunterladen. Also, ich gehe mal auf die Deutschlandkarte, die insgesamt 965,3 MB groß ist. Ich lade sie mir einfach mal komplett runter und brabbel euch derweil noch ein bisschen die Hucke voll. Nämlich, was ich sehr schön finde an dieser Map, ähm, ist, ich bin fahrzeugtechnisch bedingt etwas eingeschränkt gerade, weil, äh, ich habe mir gedacht, wisst ihr, so ein Motorschaden ist was Tolles, so ein Loch im Kolben ist auch was Tolles. Und der soziale Brennpunkt Bahn, den muss ich mir mal wieder antun. Wobei mir sozialer Brennpunkt Bahn eigentlich auch aufgefallen ist, durch die Smartphones, finde ich, ist ein bisschen, naja, das soziale Zwischenleben etwas zurückgegangen. Also, ich war erschreckt, den ersten Tag mit der Bahn mal wieder zu fahren, nach 15 Jahren oder so. Ähm, ich stieg in die Bahn ein. Ich bin der Mensch, wenn er Bahn fährt und Zeit hat, liest er gerne. Ich habe ein Kindle, ich kann gut lesen. Gut, danke. Ich kann gut lesen, ja, ist egal. Ähm, auf jeden Fall fand ich sehr erschreckend, dass, wenn man in die Bahn einsteigt, man 90% der Bahnfahrer sieht, wie sie Kopfhörer in den Ohren haben und für sich selbst dahin sitzen und dahin siechen. Ich kann mich noch erinnern, es war damals mal so, dass, ähm, da war ich noch in der Ausbildung, bin ich öfters mit der Bahn gefahren, weil ich keinen Führerschein hatte. Führerschein ab 18 in Deutschland, ihr wisst schon. Ähm, da gab es noch Menschen in der Straßenbahn, die haben sich mal eine Zeitung geteilt oder haben sich mal unterhalten über, belangen nur so etwas als Small-Tag-Scheiß. Und ich finde es sehr schade, dass diese soziale Klamotte durch iPods, iPhones, Android-Handys, MP3-Player und wie der ganze Kladderadatsch nicht alles heißt, scheinbar völlig vor die Hunde geht. Ich kann euch nur raten, nehmt mal die Kopfhörer aus Ohren und quatscht einfach mal mit den Leuten in der Bahn einfach blöde drauf los. So, ähm, Bahn. Sehr interessant. Ähm, ich switch mal kurz zu meinem Homescreen zurück, weil wie ihr hier seht, habe ich einen DB-Navigator und die VRR-App drauf, weil, ich will ja wissen, wann ich wie wohin komme. Mit dem Auto juckt mich das nicht, ich kenne meine Strecken, wenn ich sie denn kenne. Aber, ähm, dann habe ich heute nach einem Artikel, den ich gefunden habe im Internet, die hier Map entdeckt. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte von mir aus gerne, ähm, ich graue das nachher hier so ein bisschen aus, weil ihr müsst ja nicht wissen, wo ich überall rumeier. Ich möchte gerne vom Aachener Hauptbahnhof, Aachen, Haupt, ich kann nicht schreiben, lesen kann ich, schreiben kann ich nicht, Hauptbahnhof, oder meine Finger sind einfach zu dick. Er sucht vom Aachen Hauptbahnhof nach Köln. Sagen wir mal Köln-Messe. Weil Gamescom steht ja auch bald wieder an. Ähm, genau. S-Bahn, Köln-Messe, Deutsch, Deutsch, Deutsch. So, und jetzt sucht das Ding und sagt mit dem Auto eine Stunde sechs Minuten inklusive sieben Minuten Verspätung. Und wie ihr gesehen habt, er sucht aber auch weiter. Und, ähm, gut, Fußweg 20 Stunden ist völlig irrelevant. Aber ihr seht hier mittig, er gibt Bahnverbindungen an. Und zwar, wenn ich jetzt hier draufgehe, zeigt er mir A auf der Map die Bahn an. Und dann kann ich hier unten auf diesen kleinen netten Pfeil gehen. Und er sagt mir, Hauptbahnhof Aachen, Fußweg 40 Meter, eine Minute zum Aachen Hauptbahnhof Regional 1 Richtung Köln-Messe-Deutz. Was allerdings nicht hier draufsteht, ist, ähm, von welchem Gleis dieser Regional abfährt. Das finde ich etwas schade. Aber, ähm, man kann immer noch sehr schnell rausfinden, wo was ist. Und man kann sich die Zeit einigermaßen planen. Und mal ehrlich, in den meisten Bahnhöfen hängt irgendein Schild oben, eine Anzeigetafel, wie auf den Flughäfen. Hör mal, der RE1 in Richtung Hamm, Westfalen Hauptbahnhof, fährt von Gleis, schlag mich tot ab. Und wer es dann sowieso nicht hinkriegt, dieses richtige Gleis zu finden, der braucht auch nicht mit der Bahn fahren und braucht auch keine Navi-App und braucht auch sowieso nicht irgendwo... Der kann die Kopfhörer in den Ohren lassen und kann sich irgendwo in die Ecke setzen. Ja, ähm, Fahrstrecke ist, ähm... Er ruft die Verkehrsdaten ab. Wie ihr seht, ich kann auch zwei Routen auswählen. Entweder tippe ich auf die Route auf der Map. So. Oder ich wische unten einfach. Und dann switcht er die Map auf. Wenn ich hier dann wieder auf den Fall gehe, sagt er mir sogar, ich habe 260 Meter Tunnel vor mir. Habe ich bis jetzt bei noch keiner anderen App gefunden. Ihr könnt mich gerne verbessern. Ähm... Ups. Äh... Äh... Aber finde ich eigentlich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr schön. Ich lösche jetzt die Route mal. Ähm... Bekannt ist natürlich auch, ähm... Die unterschiedlichen Map-Ebenen. Ich habe hier unten rechts dieses kleine Symbol. Wenn ich da draufklicke, kann ich sagen, zeig mir bitte die Satellitenkarten. Geht dann auch sehr schön. Lüchsheim. Ne, da möchte ich auch nicht tot über dem Zaun hängen. Ähm... Ja. Dann, Zwei-Finger-Bedienung. Funktioniert auch wie bekannt. Map-Drehen, Map-Zoomen, etc. Pipipeng. Und dann könnt ihr auch sagen, ich möchte gerne die Verkehrsmittel angezeigt haben. Gut, in Lüchsheim scheint wohl kein Bus zu fahren. Soviel zum Thema. Ich möchte da nicht tot über dem Zaun hängen. Ähm... Dorweiler. Wo haben wir denn mal... Wesslingen. Treusdorf-Bonn-Bonn hat auch mit Sicherheit wunderschöne öffentliche Verkehrsmittel, oder? Guckt da. Alfa-Bübsch. So, dann könnt ihr hier zum Beispiel, ich probiere das mal da, auf dieses entsprechende Icon für die öffentlichen Verkehrsmittel klicken. Finkt dann Universität Markt, ähm, als Haltestellenname eingezeigt. Da funktioniert das auch. da, 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 Bauernhauptbahnhof. Und dann habt ihr hier noch diese kleinen Auto-Maps, Auto-Icons. Ich versuche gerade da mal drauf zu kommen. Ne, das will er nicht. Ähm, ich mache mit 4K-Mittel wieder aus. Und, dann habt ihr hier Münster-Basiliska. Da ist so ein kleines Foto-Icon. Ähm, okay, das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Wie gesagt, ähm, kann natürlich auch, die Map, lalalala, die App habe ich seit heute drauf. Hab gedacht, ich stelle sie mal vor. Bin, wie gesagt, darauf gestoßen. Kleiner Artikel im Internet mit dem Thema, hey, die hier Maps sind wieder da, und alles toll, alles shiny. Und, ähm, ja. Dann habe ich sie euch mal vorgestellt. Wie gesagt, die Karten herunterladen müssten jetzt eigentlich fast fertig, sein. Und, wenn das geschehen ist, und ihr die Karten heruntergeladen habt, funktioniert natürlich die Verkehrsanzeige mit, hör mal, hier ist Stau etc. pp. nicht. Aber ihr könnt sagen, App offline verwenden. Dann könnt ihr mit dem Handy, wenn ihr jetzt nach Buxthude fahrt, oder irgendwo in Urlaub, Türkei, Italien, Prag, Pengen, Holland, ladet euch die Karte vorher zu Hause übers WLAN runter. Ihr könnt es auch im Urlaub tun, wenn ihr da WLAN habt. Stellt die App als offline und navigiert fröhlich in der Stadt, wo ihr Urlaub macht. Und das für lau, Freunde. Für lau. Die App kostet nichts. Ich habe auch noch kein Abo-Modell gefunden, wo ich irgendwie sagen muss, hör mal hier, navigier mal, oder die ganzen Kladderadatsch. Ich habe die Navigation, ehrlich gesagt, noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, die wird auch sehr schön funktionieren. Von daher, sobald ich die Navigation ausprobiert habe, werde ich euch die auch mal näher bringen. Ansonsten, bis dahin, bleibt sauber und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.